Herr Frobe, Herr Frobe, worauf meinen Sie, sind Ihre Kontaktschwierigkeiten, denn zurückzuführen? Das sollen Sie doch herausfinden, Sie blöde Sau! Und, Herr Frobe, worauf meinen Sie, sind Ihre Kontaktschwierigkeiten, denn zurückzuführen? Das sollen Sie doch herausfinden, Sie blöde Sau! So, Herr Frobe, worauf meinen Sie, sind Ihre Kontaktschwierigkeiten, denn zurückzuführen? Das sollen Sie doch herausfinden, Sie blöde Sau!